So, herzlich willkommen zu... Shuzzle Frontier an MV, ich könnte jetzt wirklich einen guten Freund gebrauchen. Jaja, lass mich in Ruhe. Shuzzle Frontier an MV, ich könnte jetzt wirklich einen guten Freund gebrauchen. Jaja, halt mal deine Klappe, ich wollte doch erstmal einen Part einleiten. Shuzzle Frontier an MV, ich könnte jetzt wirklich einen guten Freund gebrauchen. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen zurück zu meinem Distanz 3 Let's Play. Okay, ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, wo wir hier stehen geblieben sind, nach der langen Zeitpause hier, wie ihr im Feed lesen konntet, falls ihr ihn gelesen habt, war ich ja nicht zu Hause und darum kamen ja auch keine Videos mehr, weil ich ja bei meiner Freundin war. So, ja, jetzt muss ich ja mal gucken, was hier überhaupt los war, weil, ja. Ich könnte jetzt wirklich einen guten Freund gebrauchen. Ein Kraftfeldproblem vor uns, das gelöst werden muss. Können Sie uns helfen? Shuzzle Frontier an MV, ich könnte jetzt wirklich einen guten Freund gebrauchen. Aber ich glaube, ich weiß, wo er warnt. Shuzzle Frontier an MV, ich könnte jetzt wirklich einen guten Freund gebrauchen. Letzten Gegner ließ es ja ausschalten, genau. Oh, hör auf zu... Ich könnte jetzt wirklich einen guten Freund gebrauchen. Nerven. Shuzzle Frontier an MV, ich könnte jetzt wirklich einen guten Freund gebrauchen. Wie komme ich jetzt überhaupt an Energy ran? Das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Irgendwie wie so ein Energy Center ein Typ. Wow. War der letzte, beim letzten Part auch so nervig? Ich könnte jetzt wirklich einen guten Freund gebrauchen. Alter. Das ist ja brutal. Shuzzle Frontier an MV, ich könnte jetzt wirklich einen guten Freund gebrauchen. Ja, ich hab's begrüßt, hm? Könntest du ein wenig, weniger nerven? Ja, du könntest einen guten Freund gebrauchen. Ich hab's begriffen. Ja, sagtest du bereits. Boah! Junge, du näherst, du gehst auf den Sack. Wirklich, das ist so. Oh, glaub es mir, das ist wirklich so. Junge! Alter. Oh, voll raus. Ja. Sagtest du. Das machst du mit Absicht, ne? Damit man sich so drüber aufregt, dass man dir hilft, ne? Ich könnte dir jetzt lediglich einen guten Freund gebrauchen. Denke ich mir. Shuttle Frontier an MV. Ich könnte dir jetzt lediglich einen guten Freund gebrauchen. Ah, was? Junge, Junge, Junge. Du gehst aber auch auf den Piz. Yo, 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 yo. Ich könnte dir jetzt lediglich einen guten Freund gebrauchen. Das sieht ja schon echt freundlich aus, ne? Shuttle an MV. Wir haben ein Kraftfeldproblem vor uns, das gelöst werden muss. Ja. Das sagtest du auch schon. Shuttle Frontier an MV. Ich könnte dir jetzt lediglich einen guten Freund gebrauchen. Oh, das ist definitiv ein Gegner. Die Halleluja. Shuttle Frontier an MV. Ich könnte dir jetzt lediglich einen guten Freund gebrauchen. Ach, ich kann dir jetzt lediglich einen guten Freund gebrauchen. Ah, ah. Oh, wer ballert mich denn da so dumm von der Seite an? Shuttle Frontier an MV. Schämt euch, schämt euch, schämt euch, schämt euch. Ich speichere das jetzt trotzdem über. So. Shuttle Frontier an MV. Ich könnte dir jetzt ledig einen guten Freund gebrauchen. Oh, oh, nee, das geht gar nicht. Das geht ja gar nicht hier. Äh, wo bin ich jetzt? Shuttle Frontier an MV. Ich könnte dir jetzt ledig einen guten Freund gebrauchen. Ah, geh mir nicht auf den Sack, geh mir nicht auf den Geist dazu. Shuttle Frontier an MV. Ich könnte dir jetzt ledig einen guten Freund gebrauchen. Ja. Ich hab's begriffen. Shuttle Frontier an MV. Ich könnte dir jetzt ledig einen guten Freund gebrauchen. Unglaublich, aber. Aber wahr. Wirklich. Shuttle Frontier an MV. Ja. Ich könnte dir jetzt ledig einen guten Freund gebrauchen. Shuttle Frontier an MV. Sag ihm das doch mal, dass der aufhören soll. Irgendeiner. Ich könnte dir jetzt ledig einen guten Freund gebrauchen. Hm. Shuttle Frontier an MV. Oh. Ich könnte dir jetzt ledig einen guten Freund gebrauchen. Oh, ne Mega-Missile. Shuttle Frontier an MV. Ich könnte dir jetzt ledig einen guten Freund gebrauchen. Ja, dat muss man doch mal speichern, diese Beuzze. Shuttle Frontier an MV. Ich könnte dir jetzt ledig einen guten Freund gebrauchen. Ja. ja also also muss ich muss noch ein bisschen warten warten noch mal ein bisschen ja nein kann ich nicht so habe ich jetzt alles da und ich weiß dass ich möchte das mal gerne zurücksenden als funkspruch nein ich kann dir nicht helfen ich steige nicht mehr durch das problem freund gebrauchen boah ey das ist so boah ja meine güte geht euch das auch so auf den sack wie mir ich könnte jetzt wirklich einen guten freund geworfen mhm shuttle frontier an mv ich könnte jetzt wirklich einen guten freund geworfen alter shuttle shuttle an mv ja ja da wir haben ein krassfeldproblem vor uns das gelöst werden muss können sie uns helfen nein kann ich nicht völlig unmöglich das müsst ihr selber lösen das problem shuttle frontier an mv ich könnte jetzt wirklich einen guten freund gebrauchen da kann ich euch nicht helfen das ist oah das ist scheiß situation ne da müsst ihr jetzt mit alleine fertig werden da kann euch keiner helfen ich könnte jetzt wirklich einen guten freund gebrauchen ich werde ganz gut beschossen die eulen fluids was bist du denn ich könnte jetzt wirklich einen guten frhund gebrauchen holy fuckingえて ich boom Was bist du? Sieht aus wie ein Hund. Der hat kein Ohr mehr. Ach, das ist scheiß Raketen hier. So was müsstest du jetzt wegballern? Nein, kann ich nicht. Das geht nicht. Scheiße. Muss ich den jetzt wegschießen? Ich weiß das gerade nicht. Schnapp dir irgendwas Bestimmtes, was dir weggefallen werden muss, oder? So. Das ist deine Frufe hier. Sag es doch mal. Schuttle Frontier an MV. Ich könnte jetzt wirklich einen guten Freund gebrauchen. Ja, irgendwie. Das ist für uns. Jawoll. Oha, jawoll. So. Was muss ich dir jetzt noch kaputt machen? Das Ding hier? Deine Fresse? Schuttle an MV. Wir haben ein Kraftfeldproblem vor uns, das gelöst werden muss. Oh, weggehe, 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 weggehe. Das wird einen dicken Wumms machen. Glaube ich. Ja gut, der dürfte halt hin sein. Ich speichere das mal extra, weil ich so low bin. Äh, ja. Nimm mal den. 9 0 7 So, und das mach ich jetzt mit dir. Hm, okay. Ach, einfach mit der Waust daunen jetzt das Miststück hier, komm her, lass dich, lass dich, lass dich töten, komm, alter, ach ich bin jetzt von der anderen Seite, ne doch nicht. Frontier meldet sich zurück, Mission wird fortgesetzt. Ach, das Ding kann sich selber reparieren, ja, dann sollst du nicht rumquaken. Ups, ich hab mein, ja, von mir. Mist, hier, so eine Scheiße, hier, keine Munition mehr. Weine nicht, irgendwo welche, noch Napalm-Raketen, ne, die würde ich auch einsetzen können, eventuell. Ich hol mir jetzt erstmal den Mega. Ah, flieg schneller. Ah! Das ist doch Geschützstürme. Wieso schießen die nicht? Sind die dumm? Die hätten mir doch voll eins auswischen können, die Teile. Na gut, wenn sie nicht wollen, dann soll mir das recht sein. So, wo war die, oh. Marstreiber, ich werd bescheuert im Kopf, ey, wie geil ist das denn? Ja, geil. Vielen Dank für die Hilfe. Schall an MV, wir haben ein Kaffeldproblem vor uns, das gelöst werden muss. Können Sie uns helfen? Ja, ich hab euch geholfen in dem Moment, dass ich euch nicht weiter beschossen habe. Bin ich nicht zugültig. Ich bin doch ein netter Kerl. So. Jetzt geht's dir in den Kragen, Freundchen. Hab ich gespeichert? Hab ich eben nicht, nicht so mitbekommen. So, ah, flieg doch mal schnell, ey. Jetzt heißt es den treffen, ne? Schallfrontieren MV, ich hab die Gesellschaft bekommen. Hab ich jetzt getroffen oder nicht? Ne, jetzt hab ich dich getroffen. Alter, jetzt sterb halt. Drei Schüsse für das kleine Pissvieh. Glaubst dir einfach nicht. Ja, du hast keine Gesellschaft bekommen. Ja, du hast von mir Gesellschaft bekommen, ist doch schön, ne? Wollt dich mal besuchen und so. Wo ist denn da oben noch alles? Schallfrontieren MV, wir haben ein Kraftfeldproblem vor uns. Das gelöst wird uns helfen. Oh, nicht du. Können Sie uns helfen? Alter. Im Moment hab ich den denn schon wieder verdient. Schallfrontieren MV, wir haben ein Kraftfeldproblem vor uns. Das gelöst werden muss. Können Sie uns helfen? Vielleicht nehme ich jetzt mal dieses komische Kloakenzeug. Ich brauche auch die Miga noch. Wo sind die abgeblieben? Ich finde die nicht mehr wieder. Die ist weg. Wer hat sie aufgegessen? Boah, fliegt doch mal schneller. Alter, warum schießen die Dinger da oben nicht? Ich verstehe das nicht. Sind die dumm? Ja, das langsinnig. Schießen bräuchte ich so ein Jap, Alter, ne? Jetzt würde ich da ein bisschen nach beim Reindonnern. Äh, wo? Oh, jetzt die Orientierung. Vielen Dank für die Hilfe. Für die nichtgekommene Hilfe. So. Ah, wo ist denn? Boah. Ist ja gruselig hier. Wo bin ich denn? Ich finde mich hier nicht zurecht. Konstant nicht. Schall an MV. Wir haben ein Kraftfeldproblem vor uns. Das gelöst werden muss. Können Sie uns helfen? Nein. Immer noch nicht. Ich kann dir einfach nicht helfen. Oh, was ist das denn? Oh, nein. Mann, jetzt komme ich auf die Scheiße. Ah. Schall an MV. Mann. Wir haben ein Kraftfeldproblem vor uns. Das gelöst werden muss. Können Sie uns helfen? Oh, 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 oh. Hey, wir kommen ja da oben mal. Na, na. Na, na. Den schießt dann. Wow. Wow. Cool. Sie etwa sogar C suchen. Wäre saunmäßig cool, wenn das so ist. Vielen Dank für die Hilfe. Ja, ja. Alter, ging ich auf den Sack, Junge. Der hat Schatzschmerzen, wie es scheint. So, sieht ja jetzt gut aus, glaube ich. So, dann haben wir das hier auch. Was ist das hier? Ach, Zeichen. Was ist das denn jetzt schon wieder? Hä? Was? Was war das? Hä? Oder bin ich irgendwo gegengeflogen? Kann natürlich auch sein. Wo hast du Gesellschaft bekommen? Ich sehe hier keine Gesellschaft. Hm. Na, whatever. So, jetzt hole ich mir die NAPA-Raketen. Wie ich verballert habe. Die waren aber echt praktisch bei den Geschützen. Und sich als echt nützlich erwiesen. Schattel an MV. Ja, ja. Wir haben ein Kraftfeldproblem vor uns. Das gelöst werden muss. Das Problem ist cool. So. Wo ist denn jetzt meine Mega-Hirn? Meine Mega-Message. Das ist alles schrecklich, wenn man das alles nicht wiederfindet. Vielen Dank für die Hilfe. Ja, vielen Dank für die nicht gekommene Hilfe. Warte ich hier nicht irgendwo. Nein, das sieht eher nicht danach aus. Halleluja. Boah, aber jetzt sagt er übrigens, es ist nicht alle zwei Sekunden, dass er das Problem da hat. Das ist ja schon mal ein positiver Aspekt. So. Aber wo ist denn jetzt das... Aha. Ein Gammel. So. Schattel Frontier an MV. Ich habe die Gesellschaft bekommen. Von wem das denn? Schattel an MV. Wir haben ein Kraftfeldproblem vor uns. Das gelöst werden muss. Können Sie uns helfen? Wo zur Hölle war die das verdammte Mega-Message? Ich finde sie einfach nicht mehr wieder. Ich will die aber definitiv haben. Lass ich mir nicht entgehen. Nein. Ah, hier vielleicht. Das ist das Kloaken-Gerät auf jeden Fall. War hier nicht auch die Mina? Ne. Ne, aber das Kloaken-Gerät ist natürlich praktisch. Dann können wir das ja hier mal markieren vielleicht. Kloake. So. So. Dann haben wir hier noch Vaus-Munition. Sehr schön. Oh, ist aber auch ein riesiger Raum hier. Vielen Dank für die Hilfe. Mh. Die ist gekommen. Wir haben ein Kraftfeldproblem vor uns. Das gelöst werden muss. Können Sie uns helfen? Nöp. Das kann ich nicht. Das ist leider nicht machbar, du. Da müsst ihr zusehen, wie ihr jetzt klarkommt. Hm. So, wo ist jetzt diese verdammte Mega-Message? Das kann doch nicht so schwierig sein, diese verdammte Mega-Message zu finden. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Wo habe ich die denn gefunden? Schall-Frontier-MV. Ich habe hier Gesellschaft bekommen. Ja, ja, du hast Gesellschaft bekommen. Ey, da muss doch irgendwo noch so ein scheiß Ding sein. Wenn der ständig blabert, dass er Gesellschaft bekommen hat. Wenn das auch nicht... Boah, wo ist jetzt diese verdammte Rakete? Ey, ich würde jetzt keinen Bock mehr zu suchen. Das gibt es doch einfach gar nicht. Schall-Frontier-MV. Wir haben ein Kraftfeldproblem vor uns. Das gelöst werden muss. Können Sie uns helfen? Hm, das einzig, was gelöst werden muss, ist deine Nerverei. So, was haben wir hier denn noch Schönes? Ist das hier vielleicht irgendwo drin? Der schießt auf jeden Fall irgendwas. Ach, jetzt bin ich hier wieder. Was ist das doch nicht wahr? Ach, ihr. Warum schießt ihr eigentlich nicht? Das muss ich jetzt mal untersuchen. Hallo, ihr Süßen. Hä? Soll ich nicht nachschießen? Ohohoho. Vielen Dank für die Hilfe. Ohoho. Das hätte ich nicht tun dürfen. Das, das, das mochten sie nicht. Aber wirklich interessant ist ja ansonsten nicht schießen, ne? Vielen Dank für die Hilfe. Ach, wisst ihr was? Boah, wieso denn schon schießen? Cool. Ja, habt einen Spaß da. Ich hoffe, die schaffen das auch. Shuttle an MV. Wir haben ein Kraftfeldproblem vor uns, das gelöst werden muss. Können sie uns helfen? Gut, ich sehe, die sind nichts zu gebrauchen. Shuttle Frontier an MV. Ich hatte die Gesellschaft bekommen. Alter. Wie nutzlos die Dinger sind. Die sind hier so unfassbar nutzlos, dass es nicht mehr in Worte zu fassen ist. Was haben wir denn da hin? Ich weiß doch gar nicht mehr, was das alles für Dinger sind. Vielen Dank für die Hilfe. Was ist denn schaffend, Zeug? Was ist denn da? Nur wissen, was das Zeug macht, ne? Na, das sind ja ganz tolle Bomben, ne? Die haben erst mal das Spiel zum Abschluss gebracht. Die Bomben sind zugefallen. Die waren richtig klasse. Da weiß man einfach, was man hat, ne? Was haben wir denn hier noch Schönes? Ah, nicht schon wieder ein Gegner. Ich hasse Gegner. Hau ab. Was ist denn da noch? Oh, das sind ätzende Gegner. Wieder halt noch. Shuttle Frontier an MV. Wir haben ein Kraftfeldproblem. Zweite Schicht zum Wiederherstellungszentrum. Dritte Schicht steht bereit. Was? Shuttle Frontier an MV. Ich habe die Gesellschaft bekommen. Weg, ey. Oh, ist das schon wieder leer, oder? Oh, ist das so gut. Oh. Ist schon wieder alles lecker. Gegen die Viecher ist das schon sinnvoll, weil die halten. Nicht du. Oh, nicht der, ey. Und so. Ah, zieh dich. Shuttle an MV. Wir haben ein Kraftfeldproblem vor uns. Das gelöst werden muss. Können Sie uns helfen? Nur einen Schuss mit der Vaus, ey. Bitter. Vielen Dank für die Hilfe. Ich helfe dir doch immer gern, indem ich nicht helfe. So. Na gut, das habe ich wieder ein bisschen muniz... Also so ein... Gott, verdammt. Das Energy Center will hier aber auch nicht kommen, ne? So gar nicht, irgendwie. Was seid ihr denn schon wieder? Ich glaube nicht, dass ich da hin will. So, ich will jetzt meine Mega finden. Wenn ich die gefunden habe, dann beende ich meinen Part. Und ich glaube, die kann ich mir auch alleine suchen. Von daher, ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye. So, ich habe endlich meine Mega-Rakete gefunden. Und, ja, wie ihr sehen könnt, habe ich auch noch Shield und Energy bekommen. Und noch ordentliche Vaus-Munition und so weiter. Und das liegt daran, dass ich... Noch auf der Suche noch einen weiteren Bereich gefunden habe. Und das ist... Da geht es wohl weiter oder so. Da ist nämlich noch ein Schalter. Und, ja. Da waren halt zwei dieser blauen, einfachen Gegner drin, die es schon im ersten Level gab. Und die hatten halt Shield hinterlassen. Und ein so ein Dings hier auf der anderen Seite waren auch Vaus-Munition. Und, also ihr habt nicht irgendwie großartig was verpasst. Ja, damit verschaffe ich mich dann wirklich. Und, ja, bis dann.